Hallo, mein Name ist Laurin und in diesem Video geht es um die LED-Lampe DLM802 von Makita. Der aktuellste Preis und Angebote sind wie immer unten in der Videobeschreibung. Los geht's! Starten wir zuallererst einmal mit dem Design und den physikalischen Merkmalen. Die Akku-Lampe ist nämlich von Makita in dem typischen türkisen Farbton gehalten und wirkt durch die schwarz abgesetzten Gummi-Ummantelungen sehr stylisch. Das Gerät ist hierbei meiner Meinung nach erstklassig verarbeitet, da es sich wirklich gut anfühlt und keine qualitätsbeeinträchtigenden Mängel aufweist. Die Lampe liegt mit ihren knapp 372 Gramm ausgewogenen der Hand, wobei der ergonomisch geformte Handgriff sich sowohl mit der linken als auch mit der rechten Hand umgreifen lässt. Die wirklich sehr großzügigen Gummi-Ummantelungen verleihen der Lampe weiterhin noch mehr Griffigkeit und schützen diese auch zum Teil vor Stürzen. Die Gummi-Ummantelungen verfügen zusätzlich über eine Daumenablage an der Seite und Rifflung am Handgriff. Der Anschalter, welcher hier übrigens das einzige Bedienelement der Lampe ist, sitzt unter der Zeigefingerablage und ist ohne großes Umzugreifen erreichbar. Der Knopf hat meiner Meinung nach einen guten Druckpunkt und ist zudem mit Gummi bedeckt, um die Elektronik der Lampe gegen Schmutz und Staub abzudichten. Auf der Rückseite befinden sich hierfür zwei Ösen, an denen der mitgelieferte Haken eingeklickt werden kann. Je nachdem, wo der Haken eingehangen wurde, verlagert sich der Schwerpunkt der Lampe, wodurch andere Stellen belichtet werden können. Der Haken ist hierbei aus Metall und ausreichend weit aufgebogen, um ihn auch an größeren Gegenständen zu befestigen. Am Fuß genauso wie am Kopf der Lampe befindet sich hierfür das Typenschild mit den wichtigsten Informationen und Sicherheitshinweisen zur Lampe an sich. Gespeist wird die Lampe von einem 18 oder 14,4 Volt Lithium-Ionen-Akku, welcher von vorne in den Akkuschacht eingeschoben wird. Bei den verwendeten Akkus ist es wie immer egal, welche Kapazität diese besitzen. Das einzige, was man beachten sollte, ist, dass lediglich 14,4 bzw. 18 Volt Akkus unterstützt werden. Auf der Oberseite befindet sich das Herzstück der Lampe, und zwar der Lampenkopf mit dem verbauten LED-Chip. Der Lampenkopf ist hierbei so befestigt, dass er in zwölf unterschiedliche Positionen gebracht werden kann. Sprich, der Lampenkopf kann quasi nach oben bzw. unten geneigt werden und rastet jeweils in die dafür vorhergesehenen Plastiknischen ein. Der Druckpunkt ist hierbei meiner Meinung nach sehr gut gewählt, da die Lampe somit nicht bei der kleinsten Bewegung von allein runterklappt, sondern ist wirklich eine Krafteinwirkung von Außenbedarf. Auf dem Lampenkopf, welcher in dem Fall außerdem aus Metall besteht, um die entstehende Wärme möglichst gut abgeben zu können, befindet sich nochmals ein kleiner Aufkleber, welcher die wichtigsten Daten von dem LED-Chip enthält. Diese hat nämlich eine maximale Leistung von 3,2 Watt, wodurch er auf ca. 180 Lumen kommt, welche übrigens nicht verstellbar sind. Durch den Reflektor wird auf der Innenseite das entstehende Licht gut auf einen Punkt gewündelt, wobei drumherum quasi noch einmal ein weiterer Kreis mit geringerer Lichtintensität entsteht. Nachmessen, ob es nun wirklich genau 180 Lumen sind, konnte ich in dem Fall leider nicht, jedoch finde ich, dass der Lichtkegel wirklich extrem hell ist und somit auch in 100 Metern Entfernung noch relativ gut sichtbar ist. Was die Leuchtdauer anbelangt, kann ich mich ebenfalls nicht beschweren, da man schon mit einem 3Ah Akku weit über ein paar Stunden kommt und diese anschließend mit dem Schnellladergerät in kürzester Zeit wieder vollgeladen werden. Die DLM802 gibt es übrigens derzeit für ca. 30 Euro auf Amazon zu kaufen, wobei der aktuellste Preis und Angebote wie immer unten in der Videobeschreibung sind. Falls dir das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über ein Like bzw. Abo freuen. Ansonsten vielen Dank an alle, die den Kanal am Laufen halten, indem sie über meinen Amazon-Links einkaufen, die Videos kräftig liken und teilen. Ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao! Ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Video.